Die Stadtwerke Neumünster sind eine der führenden grünen Dienstleister für Energie, Telekommunikation, Wasser, Mobilität und Freizeit in Schleswig-Holstein. Seit unserer Gründung im Jahr 1899 haben wir uns zu einem innovativen und nachhaltig ausgerichteten Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern entwickelt. Wir verlegen Glasfaserkabel für die lichtschnelle Telekommunikation direkt ins Haus. Rund ein Viertel der Fläche Schleswig-Holsteins wird von uns derzeit mit dieser Technologie ausgebaut. Für unsere Kunden bedeutet das Highspeed-Internet sowie Telefonie und Fernsehen in bester Qualität. Unser Ziel ist es, dauerhaft in nachhaltige und innovative Technologien zu investieren. Die Versorgung mit sauberer Energie ist und bleibt unser zentrales Geschäft. In unserem Heizkraftwerk wird aus abfallproduzierter Ersatzbrennstoff verbrannt, so dass Strom und Wärme erzeugt werden. Pro Jahr verbrennt unsere thermische Ersatzbrennstoffverwertungsanlage, kurz TEF, davon über 190.000 Tonnen und ersetzt damit die Dampfleistung eines alten Kohlekessels. Durch die jährliche Reduzierung des Einsatzes von Kohle um über 50 Prozent vermindern wir nicht nur die Abhängigkeit vom Kohleweltmarkt, sondern schonen auch gleichzeitig die fossilen Ressourcen. Insgesamt können so 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das gesamte Leitungsnetz, welches von unseren Technikern und Monteuren betreut wird, entspricht einer Strecke von Neumünster bis zum Nordpol. Echte Kundennähe hat bei uns einen hohen Stellenwert. Alle Fragen und Anliegen laufen in unserem Kundenzentrum im Herzen von Neumünster zusammen und werden verlässlich von SWN-Mitarbeitern beantwortet. Ob per Mail, Telefon oder bei einem persönlichen Gespräch mit unseren Beratern. Wir nehmen Ihre Wünsche ernst und bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Produkte zu fairen Konditionen. Klimaschutz ist für uns eine Herzensangelegenheit. Deshalb haben wir bereits zwei Klimawälder mit über 28.000 Quadratmetern in Kooperation mit der Stiftung Klimawald gepflanzt. Der Neuwald, der so entsteht, hilft die CO2-Konzentration auf natürlichem Weg nachhaltig zu reduzieren. Mit unserem über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Bad am Stadtwald tragen wir viel zur Steigerung der Lebensqualität bei. Auf über 55.000 Quadratmetern Gesamtfläche bieten wir im Hallen- und Freibad sowie in der Saunalandschaft die Möglichkeit zu schwimmen oder zu relaxen. Bei über 20 unterschiedlichen Sport- und Schwimmkursen ist für Groß und Klein etwas dabei. Wir sind nicht nur Energieversorger, sondern auch Partner für ein gutes Leben. Unser eigenes Busnetz verbindet die Menschen miteinander und das barrierefrei, umweltfreundlich und persönlich. Auf unserem Recyclinghof bieten wir verschiedene Gartenbauprodukte wie Kompost oder Rindenmulch an. Außerdem machen wir die fachgerechte Verwertung ihres Abfalls zum Kinderspiel. Auf dem Gelände des SWN-Wertstoffzentrums befindet sich auch unsere MBA, welche zu den größten mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen Deutschlands gehört. Aus Rest- und Sperrmüll stellt die Anlage in vielen Sortier- und Aufbereitungsschritten einen Ersatzbrennstoff her. Das genau aufeinander abgestimmte Konzept von Abfallaufbereitung und optimale energetische Verwertung in derselben Stadt sucht in dieser Form seinesgleichen. MBA und TEF arbeiten so effizient zusammen, dass gut 56 Prozent des Energiegehalts der Restmülltonnen beim Endverbraucher in Form von Fernwarme und Strom wieder ankommen. Unsere LKW mit den bekannten grünen Dosen transportieren den Ersatzbrennstoff von der MBA zu unserem Heizkraftwerk. Dort verfeuern wir den Ersatzbrennstoff in einem speziellen Kessel, der TEF, und produzieren so Fernwärme und Strom. Rund sieben Prozent unserer Mitarbeiter sind Auszubildende. Zu den Berufsfeldern gehören neben den kaufmännischen auch vielfältige gewerblich-technische Tätigkeitsbereiche. Zur Vermittlung der verschiedenen Inhalte stehen bei uns eigene Lehrwerkstätten zur Verfügung. So tragen wir Verantwortung für die nächste Generation. So vielfältig und komplex unsere Wirkungsbereiche sind, so unterschiedlich sind die Tätigkeitsfelder unserer Mitarbeiter. Nur ein perfektes Zusammenspiel aller Mitarbeiter ermöglicht es, unsere Dienstleistungen mit konstant hoher Qualität für die Region anzubieten. Stadtwerke Neumünster – natürlich voller Energie.